Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in LibreOffice Calc die regulären Ausdrücke aktivieren könnt, also wenn die bei euch noch nicht eingeschaltet sind. Reguläre Ausdrücke, ein total komplexes, aber echt cooles Thema. Also ich finde das Wahnsinn, was man damit alles machen kann. Ich zeige aber erstmal, wie man das aktiviert und danach gebe ich mal ganz kurz ein paar Beispiele, was man damit machen kann. Also erstmal aktivieren, das heißt ihr geht auf Extras, dann auf Optionen und im Bereich LibreOffice Calc, also das müsst ihr ausklappen, bei mir ist das schon ausgeklappt, geht ihr hier zu dem Punkt Berechnen und hier seht ihr Platzhalter in Formeln ermöglichen, aber darunter seht ihr reguläre Ausdrücke in Formeln ermöglichen. Ich lasse das erstmal so, gehe auf Abbrechen und ich zeige euch mal ganz kurz, was ihr nämlich machen könnt und was noch nicht funktioniert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das hier zusammenrechnen will, abhängig davon, was hier steht, dann gebe ich zum Beispiel sowas hier ein, wie gleich Summe wenn, also Summe wenn, Klammer auf, gebe den ganzen Bereich an, zack, von hier bis dort, also von A2 bis B6 und dann gebe ich ein Semikolon ein und anschließend gebe ich die Bedingung ein. Und das mache ich jetzt hier in Anführungszeichen und hier trage ich jetzt mal 1 ein. So, Anführungszeichen oben, Semikolon, da kommt der Bereich der zusammengerechnet werden soll und das ist bei mir dieser Bereich, hier sind die Zahlen, also von hier bis dort, also von B2 bis B6, B2 bis B6 wird eingetragen, Klammer zu. Und jetzt würde ich natürlich ja auch eine 1 zurückbekommen, weil das ja nur auf eine einzige zutrifft. Ich drücke Enter, zack, ihr seht, eine 1 steht hier. Was ich nicht machen kann ist, wenn das mit den regulären Ausdrücken nicht aktiviert ist, ich kann zum Beispiel jetzt nicht sagen, ich will alles suchen, wo I drin steht, also zumindest nicht in diesem Textbereich. Also ich mache das einfach mal, ich gebe einmal I ein, zack und drücke Enter und ihr seht, es kommt eine 0 heraus. Bei regulären Ausdrücken wäre das auch so, dass wir ja nicht einfach I hätten eintragen können, um hier ein Ergebnis zu bekommen, weil reguläre Ausdrücke erwarten natürlich ganz genaue Anweisungen, sage ich jetzt einfach mal. Weil selbst bei 1 müssten wir jetzt für die regulären Ausdrücke auch zum Beispiel noch angeben, dass zwei weitere Buchstaben folgen. Das können wir zum Beispiel mit einem Punkt machen. Ich gebe einfach mal zwei Punkte ein und wenn wir jetzt wieder nichts zurückbekommen, dann liegt das nur daran, dass wir die regulären Ausdrücke noch nicht aktiviert haben. Ich drücke Enter, zack und ihr seht, wir bekommen eine 0 raus. Nochmal ganz kurz zum Verständnis, I muss am Anfang stehen und danach egal welche Buchstaben, das bedeutet der Punkt. Und ihr seht, wir haben zwei Punkte, das bedeutet zwei Buchstaben. Also Enter gedrückt nochmal, wir bekommen hier 0 raus. Ich gehe immer auf Extras, Optionen, dann wie gesagt LibreOffice Kalk, also der Bereich hier, dann berechnen. Und hier gebe ich jetzt mal an, reguläre Ausdrücke in Formeln ermöglichen. Drücke ich jetzt OK, zack, dann seht ihr, bekommen wir schon eine 1 raus. Weil die Bedingung jetzt nämlich stimmt. Das Coole ist, bei regulären Ausdrücken, wie gesagt, das ist ein richtig komplexes Thema, aber können wir vieles machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will alles haben, wo zum Beispiel am Ende I steht, also das wären diese beiden Einträge, dann kann ich das so festlegen. Ich mache das einfach mal. Ich gebe einen Punkt ein für jedes beliebige Zeichen, egal welches. Ein Sternchen bedeutet, von diesem beliebigen Zeichen hier möchte ich so viele, wie ich will. Also entweder 0 oder ganz, ganz viele. Und dann will ich aber, dass am Ende I steht, also I eingetragen, Enter gedrückt und ihr seht, wir bekommen zwei Stück raus. Warum bekommen wir das I hier vorne nicht? Ganz einfach, ich drücke hier mal kurz Doppelklick rein. Hier haben wir festgelegt, dass das I am Ende stehen muss. Wenn wir wollen, dass wir diese 1 hier auch noch mitnehmen, dann müssen wir natürlich auch sagen, dass am Ende noch andere Buchstaben stehen können. Also gebe ich einfach mal ein, ein Punkt, nochmal Sternchen, das heißt entweder kein Zeichen oder so viel, wie wir wollen. Und wenn ich jetzt Enter drücke, dann bekommen wir drei zurück. Also total coole Sache. Das heißt, noch ein kleines Ding. Und zwar könnt ihr auch zum Beispiel sagen, ja, ich möchte aber jetzt zum Beispiel sowas haben wie D und V am Anfang. Was machen wir denn da? Also, wir können zum Beispiel festlegen, hier, ihr seht ja, ich lasse das mal übrig. Zack. Das heißt, jedes beliebige Zeichen, egal wie viele davon. Und am Anfang, also davor, ja, möchte ich ein D oder V. Und das kann ich in eckigen Klammern machen. Das heißt, in einer eckigen Klammer kann ich die Buchstaben angeben, die vorkommen sollen. Also entweder D oder V. Und das ist das, was man in den eckigen Klammern machen kann. Klammer zu, also eckige Klammer zu. Und das bedeutet, dieser Bereich bedeutet ein D oder ein V. Und danach ein Zeichen, egal welches. Und beliebig viele davon. Total easy eigentlich. Oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ich müsste selber entscheiden. Also ich drücke mal Enter, zack. Und ihr seht, wir bekommen zwei Einträge dazu. Weil hier gibt es ein D und hier gibt es ein V. Also auf jeden Fall habt ihr da richtig viele Möglichkeiten. Das Coole ist, ihr könnt über reguläre Ausdrücke so komplexe Filter setzen. Stellt euch mal vor, also sowas wird auch da mitgemacht, eine E-Mail-Adresse. Ja, ihr kennt ja die komischsten Endungen und auch mit HTTP und HTTPS. Und dass zum Beispiel auch wirklich ein richtiger Eintrag vorgenommen wird. Oder ob das eine echte E-Mail-Adresse ist. Ihr wisst ja selber, wie kompliziert das sein kann. Aber sowas könnt ihr alles mit regulären Ausdrücken zum Beispiel lösen. Und diese Ausdrücke, die sind so enorm, so komplex. Das Thema füllt wirklich ganze Bücher. Und wenn ihr euch das reinzieht, teilweise, also ich habe schon Dinger selbst geschrieben und mir auch angeguckt, wenn man dann mal versucht nachzuvollziehen, was da alles enthalten ist, dann kriegt man manchmal wirklich enorme Kopfschmerzen. Glaubt mir das, das ist Wahnsinn. Und das hier, ich sage jetzt mal, ihr kennt das ja, das Kinder, ihr wisst schon Bescheid. So, ihr habt gesehen auf jeden Fall, wie man das aktivieren kann. und für was diese regulären Ausdrücke angewendet werden können. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial ein bisschen was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch natürlich. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir wieder sehe. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.